so nächstes rennen haben wir ja gar nicht mehr nur 1 2 3 4 mit dem wir noch fünf das war durch mit dem spiel mit society das auto fällt mir aus zwei so sieht es kacke aus werkstatt einer mit rein damit so spoiler aber das ding drauf und da war das ding drauf so lack alles verkehren ich würde das gegen blau machen perfekt nehmen wir den mit den flügel in weiß so den drauf auf lichter neon genau und dann im blau klar passt zu dem auto am besten so so So, jetzt will ich noch Felgen haben, schnell. Ja, warte mal, hab ich... doch, ich hab doch die im Besitz hier. Genau, nehmen wir doch die. Sieht doch schon nach Autos wieder. So, weiter geht's mit der Karriere. Mit dem nächsten Event. Und zwar hier das Deal. Mit einem Zeitfahren, okay. Aber wenn er wieder ein Boss wäre, ist ja gut. Dann nehme ich wieder ein 1, 2, 3, 5, 6 Rennen, okay. Ja, können wir hin. Auf geht's. Und so stecken dann, dass da shoppen wir denn ein gutes Auto werden. Ja. Ansehbar, ob wir das Auto sollen. Jetzt haben wir uns dann alles Geschmackssache. Das wird zum Tümmer dazu. Boah, ich stehe da nicht im Weg rum, ey. Boah, ich stehe da nicht im Weg rum, ey. 5 Vertreuepunkte. 3... ... Ich glaube das ist nicht alles... Ich glaube das ist alles... So... Oh... Wir haben das... Oh ok... Oh ok... Das ist... Oh ok... Weiter... Ein Eliminator... Die soll man sich ein bisschen aufpassen... Nicht so wie gestern... Da ist ein bisschen... Verkackt... Hm... Oh mein Gott... Oh... Oh... Mit Person warten... Oh... 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 Whoa... Oh... Oh's... ... Ich N 무. ? Das war's für heute. Ui, 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 der war da mal ziemlich oft drin, der Kollege. Jupp, geschafft. So, weiter. Dein Zeitfahren. 24 Kontrollpunkte. Boah, ich hab auch so viel, die andere da. Da hab ich ein bisschen zu spät geguckt. Das war's für heute. Das war's für heute. So. 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 Drei rennen noch. So. 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 Drei Rohnchen. Geil, Ründchen! So, dann haben wir das klar. Das ist jetzt ja einer da. Okay, ich stecke zurück. Oh, okay. Ich weiß nicht, wo ich die rausgeholt habe. Die hätte ich nicht fahrerisch gekönnt. Das ist nämlich gerade ziemlich bescheiden. Okay, da sind die 60 Sekunden wieder weg. Gehen wir weg da. Das ist klar. Das war die Retourkutsche. Ah, mein Gott. Den haben wir mit. Das war die Rundersatz? Das war die Rundersatzatz. Was war das? Das macht die Rundersatzatz. Das macht er lässt, zu sehen. Dann zurück! Die Rundersatzatzatzatzatzatzatzatzatzatzatz, habe ich zöger, zu sehen. Achtung! Es geht doch, Das ist klar. Es geht jetzt, So, jetzt versuche ich mich wieder ein bisschen abzusetzen. Jetzt führen wir mal wieder. So, ich muss da ein bisschen aufpassen. Das war die Ecke, die ich meinte. Ja. Dann haben wir es diesmal besser gemacht. Uiuiui. Wasser noch schon ab. So. Aha. Dann nächstes Event verfügbar. Das ist sehr gut. Das ist also, ja, für morgen schon. Genau. Perfekt. Dann habe ich hier schon das Event. Das sind ja nicht mehr so viele. Wie gesagt, eins, zwei, drei. Ja, das sind schon die vier letzten. Da sind wir durch. So, aber jetzt machen wir mal das Ding hier noch zu Ende. Die zwei rennen noch. Einen Sprint. Und dann noch das Boss Race und dann sind wir durch. Äh, die noch Patrouipunkte rennen. Okay. Okay. Da ist hier irgendwo in der Garage. Und dann. Okay. geschafft knapp aber wir haben es gut letzteren der bus im 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 Hey, wir sind okay. Oupsi. So, das ist Runde 2 jetzt. So, das ist Runde 2. So, letzte Runde. So, das war echt zu schnell. So, das ist relativ groß. Das sollten wir eigentlich nicht mehr verkacken dürfen. Eigentlich. So, das sind die letzten zwei Kurven. Und dann haben wir den Rekse Boss geschlagen. So, das ist der 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 Rekse Boss geschlagen.